Die Erwartungen sind ziemlich groß. Ich glaube, es ist hinreichend bekannt, wie ich ein E-Auto nicht gern mag. Das sollte mich aber nicht hindern, es einfach ganz fair zu testen und zu sagen, ob das Auto gut fährt. Sehr beeindruckend. Das Auto fährt natürlich so, wie ein Porsche fahren muss. Das merkst du bei jedem Meter, dass es einfach ein Auto ist, das von Porsche-Ingenieuren entwickelt wurde. Eine Präzision mit dem Lenken, Bremsen, Gasannahme. Der Schub ist natürlich etwas, das so etwas hat ein normaler Mensch überhaupt noch nie erlebt. Leistung von null bis zum Anschlag, ohne Unterbrechung, ohne Zugkraftunterbrechung. Ein Fahrwerk, das genau dorthin fährt, wo ich hinlenke. Also mehr kann man sich im Prinzip nicht wünschen. So viel von dem ganzen Know-how, was ich seit 50 Jahren am Porsche schätze, hat auch dieses Auto. Also bei dem Auto, da trifft es wirklich zu, dass die Tränen der Ergriffenheit waagerecht abfließen. Unglaublich!